. 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 Wolfsburg, die mit so großen Hoffnung sind, sind geholfen zu den letzten Enden. Es ist ein verrückter Gefühl für Wolfsburg. Das Schöne ist ja, dass wenn du das nicht haben kannst, dann wurmt es dich so sehr, dass du es unbedingt wieder haben willst. Und das ist manchmal gar nicht so verkehrt, dieses Gefühl auch mal wieder zu erleben. Ich glaube, wir haben ganz viele Persönlichkeiten. Opie ist ein Kassetipp. Ganz viel Mentalität drin. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen deutsch. Sehr viel Spaß. Irgendwie macht man es ja auch immer für die Feiern auch ein bisschen. Also muss man auch ehrlich sagen. Aber es macht uns glaube ich auch aus. Also tolle Charaktere, das macht uns gut, ja. Unsere Spielerinnen sind durchaus gemacht für diese Momente. Man erwartet auch, dass du gewinnst. Dass wir die Liga gewinnen, dass wir den Pokal gewinnen. Und Champions League vielleicht. Das große Tee. Wer vom Triple träumt, der soll vom Triple träumen. Wenn es natürlich nicht so kommt, ist mein Anteil an der Schuld daran vielleicht auch nicht der Größte. Morgen schläft sie zu Null und dann ist alles gut. Und wenn sie eins nicht können, dann ist es verlieren. In der Welt da draußen auf dem Platz bist du nicht 21. Da bist du entweder eine Leistungsträgerin oder keine. Da hattet ihr mich fast emotional, ey. Wie stolz wärt ihr damals gewesen, auch euch selbst, wenn ihr seht, dass ihr solche Möglichkeiten habt. In drei Wettbewerben.